In diesem Video zeige ich euch einfach mal, wie man ins Stellarium weitere Objekte einfällt. Also erstmal guckt man sich das Stellarium an. So, Stellarium. Und dann will ich einfach mal hier die Nacht, da sieht man hier schon Februar, ein Objekt namens Februar. Das ist ja nicht wirklich da, April, Mai, Juni, Juni, diese Objekte existieren gar nicht in echt. Deswegen einfach mal gucken, wie man das macht. Und zwar gibt man hier, guckt man Windows-Taste und R. Da hat man %AppData % die man bei Minecraft Sachen auch schon eingeben muss. Da muss man hier in den Stellarium-Ordner, dann hier in den Data-Ordner und dann in den S-System, dass man den so öffnet, dass es so schön hintereinander strukturiert ist. Und dann habe ich jetzt hier die Objekte so eingeführt. Da ich das im Juni gemacht habe, ist der Juni das Erste. Also ich werde das natürlich in die Beschreibung stellen, sowas hier. Das ist jetzt hier Juni. Ich füge die jetzt nochmal einen ein. Und das nenne ich zum Beispiel einfach Tutorial. Also das ist der Name. Da muss man hier blau ist bei beiden eingeben. Perman Sun, also im Kreis der Sonne. Radius, ist der Radius in Kilometern. 4000. Kann ihn auch auf 10.000 oder 20.000 stellen. Hallo weiß ich gar nicht was das bedeutet. Und Kalle ist rot-grün-blau. Also ich will zum Beispiel einen grünen Planeten haben. Wenn der zu mir grün leuchtet. Der soll grün leuchten. Dann muss ich auf rot 0, 1, 0, 0. So, jetzt ist der grün. Textur der Map. Venus von PNG. Da gibt es Textur von H. Weiß ich gar nicht. Koort fangen. Muss man L-Orbit eingeben. Orbit Podge ist nicht wichtig. Orbitperiode. 1000. Ich will die zum Beispiel jetzt auf Venus ähnliche Planeten machen. Also innerhalb der Erde. Dann setze ich mal eine Orbitperiode von 300 rein. 300 Tage. Dann Orbit Semi-Major-Axis. In Kilometern. Gebe ich mal hier 130 Millionen ein. Die Sinticity. Die Exzentrizität. Die wird dann eingestellt. 0,1 ist ein relativ geringer. Also relativ kreisvoll. 0,0 wäre ganz kreisvoll. Und 1 wäre richtig elliptisch. Ich stelle mal den Wert auf 0,3. Inclination ist die Neigung relativ der Erde zur Sonne. Stelle ich mal auf 4. Ascending Node heißt aufsteigender Knoten. 90 Grad. Also man kann da Werte zwischen 0 und 270 eingeben. Orbit Long of Pericenter heißt da wo das Periapsis ist. Periapsis mache ich mal genau gegenüber. Der aufsteigende Knoten ist also ein absteigende Knoten. Mean Longitude heißt wo das Objekt dann eigentlich ermisst. Also 0 heißt. Das steht bei einer gewissen Zeit. Und es sind gar nicht welche. Aber es steht dann bei 0. Wenn man das auf 270 stellt. Dann steht es dann 270 Grad weiter. Lighting to. Das ist auf Schatteneffekte von der Leuchtung her kommen. Avaldo. Das ist das Avaldo. Das ist ja je nachdem wie hoch man es einstellt. Je höher desto heller sind die Objekte. Deswegen stelle ich es einfach mal auf 1. Periode. 1. Ein Tag. Volt Rotation Offset. Weiß ich gerade nicht. Das heißt. Spot Pole Retroscension Deklination. Spot of Recurty. Das lasse ich einfach so. Atmosphere 1. Typ Planet. So ist das jetzt hier eingeben. Und kann man jetzt Xen und Speichern klicken. Und Stellarium neu starten. Da müsste nämlich das jetzt übernommen worden sein. Ein grünes Objekt namens Tutorial. Muss jetzt irgendwie im Himmel sein. Gucken wir mal ob es vielleicht da ist es ja. Wie ist das Objekt habe ich jetzt eingefügt. Das ist jetzt so ein Venus ähnliches Objekt mit relativ ekliptischer Umlaufbahn. Oder elliptischer hier. Läuft hier lang. Die Bahn ist halt schwanken. Und jetzt durch die Neigung. Und da sieht man hier den Planeten. Hat die Textur von Venus. Da sieht man hier wieder wie eine Venus. Und die Helligkeit und das ist alles. Würde es wie ein richtiger Planet sein. Ich hoffe immer dass es wieder euch gefallen hat. Gebt euch den Daumen nach oben. Damit ich weitere solche Videos machen würde. Teilt das Video damit ich bekannter werde. Und abonnieren. Wenn ihr mich hier und darüber abonniert. Dann werde ich weitere Videos darüber machen. Bis dann und ciao.